Hört, hört! Aufgeblickt! Ihr widerliches Gesendel! Zwei neue Helden sind in unsere Stadt eingekehrt. Einer sehr stramm untenrum und der andere ein wenig weich obenrum. Kies und Kreis. Wer nicht liked, der wird gepeitscht. Hm, ich sag euch nicht wo. Du da am Kreuze! Hast du deinen Daumen schon gegeben? Nein, seht ihr, was mit Leuten passiert, die diese Videos nicht bewerten und kommentieren? Genau das! So werdet ihr Enten am Kreuze. Und ich werde mit einer heißen Nadel die Struller-Scharten-Tee sacken, wenn der Teufel höchstpersönlich euch die Augäpfel rausreißt. Du bist eigentlich nur ein gewöhnlicher Felssoldat, ne? Ich habe gute Connections zum König. Ich mache die Schamlippen-Gemälde seiner Frau! Die Schamlippen-Gemälde seiner, seiner alten Ische! Boah, da geht es aber auch schon rund! Lord Jeffrey hier drüben! Oh, ich bin direkt zerknüppelt worden. Die überfallen hier unsere Karawane, ne? Alter, das gibt's doch nicht! Jeff ist übelst der Turner, ey! Ja, ja, Jeff der Turner, so nannte man ihn. Jeff der Turner! War ein geiles Duell, ey! Jeff der Turner-Roszinski! Hier ist sogar Tina Turner, hier ist so ne, so ne, so ne, so ne Krieger-Mite. Krieger-Mite. Wir müssen hier angreifen! Boah, die hat angetäuscht! Martha Fischer! Antoine! Martha Fischer, das Turner-Vibe! Die alte Turn-Schlampe! Walter! Wir sind tote halt gerne, die sich vom Turnen ständig vereinen haben. Immer nur beim Turnen. Allein gelassen haben sie mich fürs Turnen. Da ist sie. Tina. Tina, die Turner-Ren. Zerknüppelt das Ding. Ja. Als Turnwickel. Diesmal holen wir es uns. Gestern wurden wir zurückgeschlagen. Ständig versagten wir. Aber jetzt. Black Eagle. Schwarzer Adler. Schwarzer Adler. Schwarze Kondor nannte man ihn. Komm, schieben, Männer. Schieben, 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 schieben. Beim Karren bleiben, damit ihr richtig Schub bekommt. Da sind nämlich unsere Turnschuhe drin. Wo ist mein Arm? Wo ist mein Arm? Verdammt, Leute. Wo ist mein Arm? Nicht witzig. Komm hoch. Ist noch nicht vorbei für dich, Poppe. Was? Wo kam der denn wieder her? Haben sie morgen, Stern. Schiebe das Geleit. Jetzt stich ihn doch hinten rein. Schieben, Männer, schieben. Ist einfach zu viel Blau an der Karawane. Oh Gott. Der hat mich in eine Falle gelockt. Der hat gesagt, komm, hasch mich. Und auf einmal kam irgendwie sein Freund um die Ecke mit seinem blöden blauen Wappenrock und macht einen auf. Ich hau dir den Kopf kaputt. Na ja, die machen hier so Lock-Taktiken. Na. Boah, der König von England. Juix, hat einer gesagt. Juix. Was ist mit dem denn? Der hat eine ganze Axt in sich drinstecken. Ein fröhliches Juix in die Runde. Ich schiebe. Mach den Banner hier kaputt. Jetzt will er weiterschieben. Wo wer kräftig schiebt, der liebt. Boah. Hier, Kasimir. Der Sportfanatiker. Wo kann ich mir hier eine Bandagette holen? Ich habe von irgendjemand hier die Sportaxt geklaut. Oh, Mann. Ich vergesse wirklich manchmal bei solchen Games immer zwei Minuten zu atmen. Da wird mir auf einmal so schwindelig. Oh, geil. Ich muss ja noch was. Ich muss ja leben. Mit Leben geht es nicht weiter. Nice. Das Siebenfeuer haben wir bezwungen. Katapult schieben. Nice. Schieben, schieben. Kommt schon, Leute. Schieben. Weiterschieben, weiterschieben, Männer. Ja, ich habe aber kurz mal da reingelangt, Alter. Reiner, rein, lang. Den kenne ich auch. Boah, Alter. Mit einem Stich und Schädel entfernt. Das sah extrem schmerzhaft aus, wenn ich ehrlich bin. Wer ist das? Wer macht denn hier so ein... Mr. Fleisch. Schützt euch mit einem Banner. Der Hoffnung. Der Hoffnungsbanner. Oh nein, mein Banner wurde direkt überfahren. Du darfst ihn nicht direkt vor das Ding machen. Du musst ihn ja so an die Seite. Das war hier gerade der Situation geschuldet. Oh, wir müssen hier über Stock und Stein, Junge. Schieben. Ich hole die Bogenschützen hinten weg. Ja. Zwei abgeschlachtet. Alter, wir schieben so durch. Keine Chance, Alter, die... Hier, Mathfischer, der ist einfach so krass. Mathfischer. Der mathematische Fischer. Ich habe eine Formel entwickelt, um die Berechnungen der Lachs... Äh... Laich... Der Lachs-Laichwege. Der Laichweg des Lachses. Na, na, mhm. Ja, jetzt müssen wir hier wieder das Tor erobern. Wir wissen alle, wie... Wie... Der Linsky das ist. Oh. Geht weg. Jetzt hier zu zweit auf einen gut aussehenden... Jungen Bückling. Oh, Alter. So. Antonio. Wir müssen mal das Tollhaus erobern. Antonio Banderschmerz. Antonio Manderos. Antonio Manderos. Der Sprintz-Tane. Was ist mit der Rampe, Junge? Hier oben. Wir müssen hier oben hin. Ja, aber wieso können wir die Rampe nicht? Nee. Nee. Nee, sieht nicht gut aus. Nee. Der alte Kombüse-Mann hier. Nee, das ist wild. Wir kommen gerade nicht in den Eroberungs-Modus. Ja gut, jetzt lass erst mal hier die... Die Rampen hochheben gleich. Dann geht's hier ab. Guck mal, jetzt die Rampen. Starten wir durch. Brüllen, Männer, brüllen. Auf die Rampen, Männer. Jetzt können wir sie nämlich von allen Seiten beglücken. Oh, ist der geflogen? Alter, guck mal hier jetzt rein. Da haben sie nicht mit gerechnet. Ah, die kommen, aber... Wurde ich gerade von meinem eigenen Maid gekillt? Nee, ich wurde erschossen. Oh, mein Kriegshammerrang wurde erhöht. Ich spiel vor gern diesen kleinen Morgenstern. Der ist auch voll sexy. Oh, ich liebe diesen Hammer. Der Hammer ist einfach irgendwie geil. Der ist bei mir schon golden. Boah, Mist. Aber egal. Ja, sehr gut. Den Mann mit der Halbssache direkt zerstöckelt. Da oben stehen sie aber noch und erhoffen sich, uns von hinten zu dolchen. Uns von hinten reinspringen. Boah, was ging hier ab? Hier, Johnny Goliath. Auch fremmig. Nice. Gib ihm. Boah, wurde eben gerade von der Balliste zerrissen. Ja, ja, das hat richtig geschneppert, Alter. Egal, wir schieben. Gibt's doch nicht. Nee, da waren noch so viele. Ich wurde gerade hinten rein, hab ein bisschen ihre Fernkämpfer dezimiert. Manni-Morgen-Morgen-Stern hier. Hab ich ihn hier, Mr. Manni-Morgen-Mantel. Oh, Mr. Manni-Morgen-Mantel. Labet euch an einem Banner. Er ist bunt und wird euch erquicken. Aua. Boah. Wow. Boah. Nice. Warum können wir nicht schieben? Wir schieben doch. Bist du, ich dachte, der wäre tot. Aua. Lass meinen Banner in Ruhe. Oh. Oh, Jeremy Finger. Kann mir irgendjemand bitte eine Hand reichen? Das wäre sehr nett. Du da. Danke. Oh, 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 oh. Alter, liegt kein Gemetzel. Jeremy Finger. Der Cousin von Springer. Boah, ich muss mich kurz ein bisschen... Äh, sind unsere Vorräte aufgebraucht? Ich dachte, hier an dem Karren kannst du immer was holen. Vielleicht holst du nicht richtig. Wir müssen die Vorräte schieben. Nice. Hier, blaue Banner zerstören. Die stehen hier am Wegesrand. Schieben, schieben, schieben. Boah, mir geht's nicht gut. Hier ist ein blauer Banner. War der kaputt. Was hält denn so ein Banner aus? Boah, wie er sie weggeschnetzelt hat. Richtig geil. Gibt's hier denn keine Vorräte mehr? Ich brauche Bandagen. Hier. Schieben, schieben. Ich brenne. Liebe, das Feuer. Hier, von ins Gesicht gepanscht. Liebe, das Feuer. Werde Teil des Feuers. Sorry, Mann. Randy, hab ich wieder hier hochgelupft, verliebt. Von der Seite stehen sie. Verschwindet hier. Ich bitte. Ich brauche Unterstützung. Ja. Schön reingeballert. Wir stehen direkt in unserem Fahrzeug, ne? Ja, ich weiß. Aber ich hab extreme Probleme gerade gehabt. Boah. Nice, 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 nice. Erstmal heilen hier. Boah. Kreuzig. Busch. Busch der Caravan. Caravan Busch. Mein neues Getränk. Caravan Busch. Eine heiße Dose Caravan Busch. Dreck gepresst aus Muschmusch von Großmutter Gala, Mann. Großmutter Gala, Mann. Boss Mr. White habe ich gerade erwischt. Boss Mr. White. Yo, Mr. White. Halt auf. Ja, Jeff getötet. Kann meiner hochhelfen? Wo bist du? Dankeschön. Ja, schon gut. Mich hat jemand gefunden. Im Dreck. Ja. Ja. Boah. Boah, wurde von hinten gedödelt. Okay, Katapult ist wieder unterwegs. Er kann immer noch leben. Knappes Ding, Alter. Knappes Ding. Yo, Mr. White. Der Mathe-Rechner hier wieder. Irgendjemand lacht hier ganz diabolisch. Jetzt hätte er seinen Verstand verloren bei der Schlacht von Dingelsberg. Clue-Deck. Ah, Clue-Deck. Kommt schon. Das Geleit. Sein dickes Geleit. Müssten wir durchs Tor schieben. Ja. Ey, Leute, ich muss mir ganz kurz ne Binde anlegen. Schützt mich. Oh, Gott. Äh. Patients, burn those Barricades! Oh. Boah. Zombie. Blatsch. McBludowicz. Und die Parkinson don't stop. Äh. Jawoll, Alter. Verbrennen jetzt nur noch die Barrikaden. Wieso schmeißen die Leute mit ihren Schilden? Nice. So, weiter. Komm hoch. Junge. Jetzt rollt der Karren durch. Frag mich eh, wie genau funktioniert das? Ich meine, er hat keine Pferde, nix dran. Wir schieben. Ja, aber ich hab nie jemanden aktiv schieben sehen. Aber er hat auch hier so ein güldenes Schild, der einer. Boah, ein vorderster Front. Oh, 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 oh. Au. Brennt sie nieder. Er rennt weg und sagt, very bad. Ja, Mr. Boss White wieder erwischt. Bitte sehen. Ist wieder der Mann mit der Wolfsmaske. Der ist richtig krass unterwegs. José Wolf. Rot-Handley, Alter. Rot-Handley wieder. Der alte Raucher. Richtiger Raucher-Fan. Leidenschaftlicher Raucher zu seiner Zeit. Sportraucher gewesen. Sportraucher, ja. Sportraucher der ersten Stunde hier. Jetzt stören die am Rand die Barrikaden. Boah. Könnt dann auch links rum und so. Boah. Alter, ich hab Irrngart da noch schön einen mitgegeben. Der alten Schmalzmarkt. Ja. Boah. Ja. Aber ich hab ihm nur mal in die Eier geschlagen. Das muss man mir lassen. Boah. Don't let them flank, Alter. Oh, die Morgenstern hier. Der alte Geißler. Keep it up. We've nearly destroyed the Barrikades. Boah. Versaut der mal richtig schön den Tag. Ich hab ne Fackel. Oh no. Alter, oh no. Kommt schon. Boah, was war das denn? Kriegsbogen. One Shot. One Eye. Richtig unschön. Ja, jetzt brennt's. Jetzt brennt's. Ja, ich hab noch ein Feuer reingeschmissen. Geil. Fiesen Barrikadenbrand. Oh Gott, diese Schlacht, Alter. Das ist so geil. Ja. No. No. Er überlebt das noch, oder was? Weil jetzt hier so ein anderer Dude reinkam. Unglaublich. Ey, Leute, Leute. Ey, Leute. Helft mir doch. Warum rennt ihr denn weg, Idioten? Oh, Mann. Aber Jeff hat schon geweint, ne? Jeff hat ein bisschen. Jeff ist salty, glaub ich. Der salzige Jeff. Geil. Boah, ich werd einfach durchgezogen. Richtig unschön. Ja. Ist eigentlich, wenn ich hier drauf drücke. Okay. Ist auch ein Ritterschmalz gewesen. Jetzt müssen wir nur noch an der Schlacht teilnehmen. Das ist das Ziel. Was können wir jetzt machen? Na ja, jetzt können wir endlich an der Schlacht teilnehmen. Katapult war ziemlich lässig, ne? Hat Spaß gemacht. Aber wir sind auf der anderen Seite des Katapultes. Ja, aber wir haben auch einen Katapult hier. Der Stern in Düdem. Wie sie brennen, Alter. Irmgard hier, zack. Geht an die Katapulte, Männer. Ich bin genau in Feuer reingerannt. War nicht so... Clever war das gar nicht. Guck mal, wie er heult. Oh, ich will aufgehen. Echt, der Männer kämpfen bis zum Schluss. Ich will aufgeben, schnell. Dann krieg ich meine Punkte, dann können wir eine neue Runde starten. Und in der gewinne ich dann vielleicht. Boah. Alter. Das ist da neben dir eingeschlagen, gerade. Ich hatte dich zufällig wieder kill. Boah, ja. Mein eigener Mate hat... Das ist doch einer von unseren Leuten. Boah, ha, ha. Respekt, Alter. Respekte Katapult. Er hat gerade 2500 Schaden mit dem Katapult gemacht. Ach, Irmgard ist wieder da. So, wir müssen die Katapulte irgendwie kaputt... Boah. Ja, Alter. Ich wurde schon wieder katapultet. Hier, der eine da hinter, oder wie der heißt. Der haut jetzt richtig die Katapulte weg. Müssen die irgendwie umgehen und dann... Abflug. Boah, was? Alter, ich werde hier nur weggeschmettert. Wo sind denn deren Katapulte überhaupt? Jetzt haut doch das Ding runter. Nee, keine Chance. Keine Chance. Der haut jetzt alles weg mit dem Katapult. Übelst assi. Müssen die irgendwie umgehen und dann... Kalt machen. Der Chef am Katapult. Boah, die haben mich enthauptet. Volle Möhre. Mit dem Katapult? Nee. Boah. Mr. Boss White. Die haben angekackt. Wie lange dauert denn hier der Respawn? Das dauert ja ewig. Ihr müsst die dröten, dröten. Ihr müsst die dröten, dröten. Alter, mit wie vielen Leuten kommen die denn hier um die Ecke? Boah, die Massen halt, ne? Aber wo sind unsere Massen? Nicht da. Die kämpfen sich da irgendwie nach vorne. Was ist denn eigentlich mit diesem Sprengwagen? Jetzt hauen die unsere Katapulte auch noch kaputt hier. Die sind durchgedrungen. Achter, wie kommen die denn mit... Äh? Der ist geplatzt. Boah. Hey, hinterm Planwagen verstecken. Ja, wir kommen jetzt durch. Ja, wir kommen jetzt durch. Ja, wir kommen durch. Nice. Der Herzog! Komm, jetzt nur noch den Duke schlachten. Cunt Duke. Boss Mr. White, ey. Adapt erstmal hier rum. Alter, was hat der denn für einen Speedhammer? Ey, Jeff ist ja eine Maschine, ne? Gegen Jeff machst du gar nichts. Der hat so einen Speedhammer. Ist der legit? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er krasse Speedhammer-Tricks drauf. Aber so ein schwerer Hammer, wenn ich den spiele, ist der lahm wie Sau. Manchmal blockt er dich vielleicht im richtigen Moment, oder? Boah, boah. Da waren alle. Da konnte ich nichts machen. Mr. Boss White. Oh, knüppelt das Ding da hinten ein. Der Duke, alter. Holt euch den sluttyen Duke. Den slutty Duke. Wo ist der Duke? Ne, der versteckt sich wieder hinten. Also, sie haben einen dummen Duke, der dann wieder rausrennt. Das wird nichts. Komm, mach den Duke Platz. Ey, die brauchen immer vier Leute, um mich niederzustrecken hier. Ne. Es wird getrötet. Wo ist denn der Herzog? Da hinten in der Ecke. Boah, Kronleuchter-Move. Alter, Double-Kill. Boah, wie viele. Ne, wegen so viele. Boss Mr. White wieder. Alte Boss Mr. White. Ja, mich hat er auch wieder erledigt. War gerade dabei, mich... ...zu sammeln. Weißt du, ich erwisch mich immer dabei, wie ich irgendwie immer fester werde beim nach vorne drücken. So, weißt du, wie bei so einer alten Fernbedienung, wo die Batterien leer sind. Ja, ja, wo du denkst, durch festeres Drücken wird der Schlag herrter. Ja, ja. Genau. Alter, boah es Mr. White. Gibt's doch nicht. Ey, es gibt's doch nicht. Minus 100 Punkte. Der eine ist nämlich reingegangen, der tanzt da durch und macht den Dodger-Rini. Count Dodge-Bard hier. So, niedergestreckt. Oh nein. Ja, aber der Herzog da hinten, der hat sich da so eingebankert. Kann man denn nicht irgendwie rauslaufen mit Feuer? Brennt die Sau doch nieder. Und jetzt, bam. Ein Streitkolbenrang wurde erhöht. Nee, 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 nee. Ja, macht der eine dauernd auf ein weinerliches Mädchen. Ich weiß nicht, er gibt auf, oder? Abstimmung, ne, 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 kick-abstimmung. Ne, kick-abstimmung. Keine Ahnung. Vorhin hat sich schon wieder, hat er sich doch aufgeregt, irgendwie, äh, er spielt mit dem Speer. Wir haben nur noch eine Minute, ey. Da macht mal richtig Druck rein. Kann ich, ich brenne. Warum scheitern wir denn immer am Ende? Ich weiß es nicht. Wir kämpfen immer so hart. Oh, er hat diesmal da gewonnen, der Reisam. Reisam, der Grausame. Naja, wir scheitern wieder am Ende. Außer, jetzt gehen alle mal richtig rein. Der Duke ist am Masturbieren. Niemand tötet ihn. Ja, weil er ein Sossier ist. Er ist ein Sossier, er macht seine eigene Soße. Jetzt kommt. Da hinten waren aber gerade welche am Herzog. Ich hab's gesehen. Alle müssen rein stürmen. Pushen, 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 ey. Man muss pushen. Man muss pushen. Scheiße, ich komm nicht mehr bis nach vorne wahrscheinlich. Nö, nö, nö. Alter, wie sie da hängt, diese Wand aus Mensch. Nö, keine Chance. Ah. Weil wir einfach zu... Ja, wir hätten echt diese blöden Arsch, dass die einfach nur da hinten rumstehen und campen. Einfach rein und schlachten, Leute. Das gibt's doch nicht. Was ist los mit euch? Ich wollte gerade sagen, da ist da ein Archer-Limit. Ja, aber die haben trotzdem da... Man muss da rein. Man hat ja eben gesehen, dann, wenn die Zeit knapp wird, realisieren alle, oh, wir sollten gleich doch mal rein gehen. Ja, ja, ist immer so. Na, und dann siehst du, wie du doch Druck machst. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Tschö! Du-du-du-du!